Das E-Auto. Für manche ein umweltschonendes Fortbewegungsmittel, für andere wiederum kein richtiges Fahrzeug. Trotz der auseinandergehenden Meinungen gewinnt die E-Mobilität immer mehr an Beliebtheit. In Europa wurden beispielsweise im Jahr 2023 insgesamt rund zwei Millionen E-Autos neu zugelassen. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um gut 28 Prozent. Für den Vergleich sind im selben Zeitraum noch knapp fünf Millionen Neuzulassungen an Diesel- und Benzinbetriebenen PKWs registriert worden. Bis 2035 soll sich das aber bekanntlich ändern. Ab da dürfen in der EU nämlich nur noch Autos neu zugelassen werden, wenn sie keine Treibhausgase ausstoßen. Das liegt zwar noch gut zehn Jahre entfernt, aber den Umstieg machen viele trotzdem schon heute. Fast jeder kennt mittlerweile jemanden, der ein Elektroauto zu Hause hat oder man sieht sie zumindest öfter auf den Straßen, weil hören kann man die ja sowieso kaum. Bei den E-Bikes ist es ähnlich, da rast der ein oder andere schon einmal die Panoramastrecke entlang, während sich der andere noch mühselig abstrampelt. Wir haben die GemeindeTV-Community befragt, ob sie denn schon elektrisch unterwegs sind oder schon mal überlegt haben, auf E-Mobilität umzusteigen. Bei unserer Umfrage ist rausgekommen, dass knapp zwei Drittel unserer Community ein E-Bike zu Hause stehen hat und knapp 45 Prozent haben schon mal überlegt, ein E-Auto zu kaufen. Dann haben wir noch die Frage gestellt, ob für die Leute denn E-Mobilität die Zukunft bedeutet und darauf sind uns eigentlich mehr Fragen wieder zurückgekommen und die wollen wir heute für euch beantworten. Leute, die bei der Umfrage auf Nein eingetippt haben, schreiben, dass ihnen die derzeitigen E-Autos mit der Ladezeit und der vermeintlich niedrigen Reichweite einfach zu teuer sind. Deshalb treffen wir uns mit Christian Leichtfried vom Autohaus Slavicek und versuchen einen besseren Einblick in das Ganze zu bekommen. Zum Thema Reichweite ist die Situation, es ist sehr fahrerabhängig oder fahrerinabhängig. Das ist Spannbreite von 200 bis 600 Kilometer Reichweite aktuell, wobei man so sagen kann im Schnitt, jedes Jahr, was vergeht, kommen die Akkus ca. 50 Kilometer Reichweite weiter. Elektrofahrzeuge haben sehr, sehr viele Vorteile, steuerlich gesehen, aber auch natürlich in der Werkstätte, wo man heute weniger Leistung machen muss und ist bei der Kontrolle einfach gewisse Dinge wegfallen im Vergleich zum Verbrenner. Und der Riesenvorteil ist dadurch natürlich auch die Kostensituation. Das heißt, es reduziert sich auch die Kostensituation für die Kunden. Ja, weitläufig ist ja noch das Vorteil bekannt, dass in der Anschaffung das Elektrofahrzeug viel teurer ist. Wie ist denn das in der Wirklichkeit? Das ist natürlich abhängig von der Stückzahl, die verkauft wird. Wenn es so wie es jetzt ist, die Stückzahlen nach oben gehen, werden die Preise automatisch dementsprechend Moderator. Aber der Unterschied ist nicht mehr so groß, wie man es gefühlt hat. Das heißt, wir liegen da teilweise bei 1000 Euro oder so pro Fahrzeug. Also das ist nicht mehr so weit weg, wie es zu Beginn einmal war. Lenkt damit zusammen, dass die Vielzahl der Autos und die Bestellungen natürlich auch klar in die Richtung spielen, dass das immer besser wird und billiger wird. Stichwort Nachhaltigkeit. Wie achten die Hersteller denn auf die Erzeugung vor allem von der Batterie und wie schaut es dann am Ende von so einem Lebenszyklus aus? Wie wird es dann wieder recycelt? Ich nehme da immer gerne ein Beispiel und zwar ist das die Ö3 Wunderbox, die Wundertüte, wo man seine Handys recyceln kann, beziehungsweise für einen guten Zweck. Und da ist genau dasselbe Prinzip. Die Akkus werden hergenommen, werden zerlegt und die Bestandteile werden im Prinzip wiederverwendet. Und dasselbe ist bei den Autos. Man schaut, dass man so viel wie möglich vom Fahrzeug wiederverwenden kann und speziell recyceln kann. Der Umstieg aufs E-Auto bedeutet dann aber auch immer der Umstieg vom normalen Tanken zum elektrischen Tanken. Ist das ein Vorteil für mich? Ist es billiger? Wie ist da die Lage? Ja, da ist ein riesen, riesen Vorteil drinnen. Und zwar viele Kunden haben heutzutage schon die Photovoltaikanlage am Dach, was natürlich die Kosten massiv senkt, jetzt speziell für die Ladung, wenn ich untertags die Sonnenenergie nutzen kann. Allerdings ist auch trotzdem der Benzinpreis im Verhältnis zum elektrischen Laden, da ist auch ein Vorteil noch. Das kann man nicht in der Zukunft sagen, wie sich das entwickelt, aber aktuell kann man sagen, dass man auf jeden Fall günstiger fährt, wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist. Wie gut ist denn unser Stromnetz für immer mehr Nutzer vorbereitet? Auf diese Frage und mehr hat Kurt Misak eine Antwort. Er leitet in der Austrian Power Grid AG die Abteilung Versorgungssicherheit und operativer Energiewirtschaft. Ja, eine häufig gestellte Frage war natürlich, was würde denn passieren, wenn von heute auf morgen wirklich alle ein E-Auto fahren würden? Was könnten Sie uns da für einen Ausblick geben? Gut, also wenn wirklich von heute auf morgen sozusagen rund, gehen wir mal von 5 Millionen Pkw aus, jeder ein Elektroauto fahren würde, gibt es Studien, die belegen, dass das zwischen 13 und 20 Terawattstunden mehr Strombedarf bedeutet. Das ist etwa 20 bis 30 Prozent Steigerung des derzeitigen Strombedarfs. Das muss natürlich zunächst abgedeckt werden. Man muss nur bedenken, dass diese Elektromobile meistens zu Hause stehen, angeschlossen sind an eine Ladestation oder auf einer Park-and-Ride-Station oder auch in den einzelnen Firmen stehen. Das heißt, in Wahrheit 95 Prozent der Zeit im Durchschnitt stehen diese Autos und sind an Ladestationen angeschlossen. Und in 80 Prozent der Tageszeit sind die meistens an solchen Ladepunkten irgendwo angekoppelt, womit wir davon ausgehen können, dass es keine überraschende Ladespitze jetzt am Abend geben wird und damit die Netze auch nicht überlastet werden können. Natürlich müssen die Netze derzeit mehr und mehr ertüchtigt werden um die Vielzahl an Ladestationen. Ich glaube, wir haben in Österreich über 22.000 Ladepunkte derzeit und das ist natürlich massiv noch weiter auszubauen, um das sozusagen in Zukunft zu ertüchtigen für die hohe Zahl an Elektromobilen, die da kommen werden. Wir gehen aber davon aus, dass diese PKWs sozusagen nicht das Netz überlasten werden, weil es intelligente Ladekonzepte geben wird, wir die Zeit haben, um die Infrastruktur entsprechend auszubauen und ich habe es eh schon erwähnt, weil sie in Wirklichkeit in 80 Prozent der Zeit irgendwo an einer Ladestation hängen. Also Sie haben es angesprochen, die Überlastung ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt haben trotzdem viele Angst vor einem Blackout. Was kann man solchen Menschen vielleicht noch mitgeben, vielleicht die Angst ein bisschen besänftigen? Also ich denke, gerade Elektromobile sind sogar in Zukunft etwas günstiges fürs Netz, weil sie natürlich auch als Zwischenspeicher gebraucht werden könnten. Es ist eine Tatsache, dass zu manchen Zeiten werden sehr große Mengen an Photovoltaikströme und Windströme eingespeist werden ins Netz, die zu dem Zeitpunkt nicht vollständig gebraucht oder verbraucht werden können. Jetzt muss man sie speichern. Da gibt es in Österreich zwar sehr sehr große Pumpspeicherkraftwerke, die aber diese hohen Leistungsmengen auch nicht vollständig speichern werden können und da bieten sich die Elektromobile an. Das bedeutet, dass wir da sogar eine günstige große Speichermöglichkeit schaffen werden können. Es ist aber schon noch eine unbekannte auch dabei. Bei der Belastung der Netze könnte der Schwerverkehr noch eine massive Rolle spielen. Beim Schwerverkehr wissen wir derzeit noch nicht, wo die Reise wirklich hingeht. Wenn das jetzt nicht in Richtung Wasserstoff oder sonstigen Antrieben gehen wird, sondern auch alles auf Elektromobilität schalten wird, dann könnten hier extrem große Ladeleistungen plötzlich zusätzlich entstehen, die zwar meistens entlang von Autobahnkorridoren installiert werden, aber das ist eine zusätzliche Komponente zu den normalen privaten PKWs. Also in Summe kann man das als ja positive Anteile sehen. Der Schwerverkehr könnte wie gesagt noch eine unbekannte oder stellt derzeit eine unbekannte dar, aber wir werden Elektromobile netzdienlich einsetzen können und da wird es auch entsprechende Konzepte und Plattformen geben, wo natürlich der einzelne Besitzer sogar etwas lukrieren kann. Als regionaler Experte für Stromversorgung und Lademöglichkeiten gibt uns Sandler Christoph Einblicke in die Arbeit der Stadtwerke am Stetten. Danke für die Einladung. Wir haben als Stadtwerke unsere Mission Energiezukunft, genauso wie Lebensqualität und vor allem die Versorgungssicherheit und an dieser Stelle ist meine Rolle wirklich den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren, aber gemeinsam mit meinen Partnerinnen und Partnern auch der Ausbau der elektrischen Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität. Stromzufuhr ist genau das richtige Stichwort. Wie versorgt bin ich denn momentan mit dem Strom für mein Auto außerhalb vom Eigenheim? Also es ist eine viel diskutierte Frage, die auch auf vielen Stammtischen in Österreich, aber wahrscheinlich auch über die Staatsgrenzen von Österreich hinaus gestellt wird. Und meine Antwort an dieser Stelle ist, dass wirklich eine gute Versorgungssituation auch außerhalb des Eigenheims vorliegt und dieser Ausbau der elektrischen Ladeinfrastruktur weiter und weiter voranschreitet. Konkret in Zahlen gemessen, das ist vielleicht immer wieder interessant, haben wir in Österreich 2.700 Tankstellen im Tankstellennetz des bestehenden, der bestehenden Diesel- und fossilen Partner. Bei der Elektro-Ladeinfrastruktur reden wir aktuell von 12.000 Ladesäulen, die in etwa überregional außerhalb des privaten Einsatzes verfügbar sind in dem Elektro-Ladeinfrastruktur-Netz. Und runtergebrochen auf die Amstettnerinnen und Amstettner bedeutet das, dass wir in etwa 100 Ladesäulen im Stadtgebiet bzw. Stadtgemeindegebiet von Amstetten schon jetzt am Netz haben und wir diese Zahl kontinuierlich nach oben ausbauen möchten. Ja, da steht natürlich auch die Frage, ist es denn überhaupt klimaneutral? E-Autos gelten in vielen Kreisen ja als CO2-neutral, aber das kommt ja auch immer auf die Art des Stromes an, richtig? Ja, absolut. Die konkrete Antwort auf diese Frage liegt genau in dieser Aussage, die du getätigt hast, nämlich die vollen Auswirkungen der positiven Einflüsse eines Elektroautos sind dann zu heben, wenn der Strom, der getankt wird, auch grüner Strom ist. Das heißt, außer einer PV-Anlage kommt aus der Wasserkraft oder eben aus Windkraft und Ähnlichem. Hier möchte ich an dieser Stelle auch die Chance nutzen, zu betonen, dass wir in Österreich schon deutlich über 80 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen produzieren. In Amstetten sind wir bei der 100-Prozent-Marke, also das heißt, wir verwenden ausschließlich zertifizierten Grünstrom und die Nutzerinnen und Nutzer von Elektroautos sind ja auch schon aufgefordert über die ganzen Förderrichtlinien an der Stelle Grünstrom zu verwenden und auch kombiniert beispielsweise mit Photovoltaik-Anlagen zu nutzen. Also die Antwort nur mal kurz zusammengefasst. Es ist definitiv so, dass mit Grünstrom betriebene Autos einen signifikanten Mehrwert haben für die Umwelt. Ich persönlich spreche immer von Mobilitätswende und nicht Antriebsstrangwende. Das heißt, nicht nur eins zu eins die gleiche Strecke mit Elektroautos zurücklegen anstelle des Diesels, sondern wirklich öffentlichen Personennahverkehr nutzen, vom Auto in den Zug umsteigen oder eben, wie gesagt, andere Verkehrsmittel nutzen, die individuelle Mobilität unterstützen. Kürzere Wegstrecken bis zu sechs Kilometer sind durchaus auch mit dem Fahrrad zu bewerkstelligen und hat auch gleichzeitig einen extrem positiven Einfluss auf die Gesundheit. Jetzt einmal abgesehen von grünem Strom oder nicht, der Strom kostet ja auch was. Wie wird sich denn die Preispolitik von jetzt noch vermeintlich billigem Strom in Zukunft ändern, wenn auch mehr Strombedarf da ist? Wir haben unsere Preispolitik ganz klar in den Fokus des Ausbaus von erneuerbaren Energien gestellt. Warum haben wir das gemacht? Erneuerbare Energien bieten die Möglichkeit, kontinuierliche Stromstabilität und Strompreisstabilität zu ermöglichen. Je höher, dass der Anteil nachhaltig produzierter Energie ist, desto unabhängiger sind wir von fossilen Brennstoffpreisen wie Gaspreis, wie Ölpreis oder ähnliches. In Deutschland vielleicht nur mal ein Stück weit stärker das Thema Braunkohle und Steinkohle. Kurz zusammengefasst, nachhaltige Energien sehen wir als Kernelement für stabile Strompreise und diese wiederum werden wir als Stadtwerke am Stetten nach und nach ausbauen. E-Mobilität bedeutet ohne Zweifel eine gewisse Umstellung, aber oft weniger als manche vermuten. Vor- und Nachteile müssen meist individuell abgewogen werden, aber derzeit blickt die Zukunft eindeutig Richtung elektrisch. Wie sieht es morgen aus? Wir werden sehen. Bis dahin, gute Fahrt!